hey leute begrüße ich hier auf etwas mehr wasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja heute schauen wir uns wie angedroht die neue icp ms ultimate von ati an was sie kann wofür ihr sie brauchen könnt warum weshalb wieso schauen wir uns hier in diesem video an und vor allem wie gehe ich damit um das machen wir auch noch also auf geht's ja leute wasseranalysen wasseranalysen begleiten uns ja jetzt schon einige jahre und haben uns das leben schon mal definitiv leichter gemacht weil wir halt mit den vorhandenen ich sag mal icp messungen einige sachen sehen können die wir vorher pauschal gar nicht messen konnten gar nicht sehen konnten weil es gar nicht möglich war so wir hatten ja ich sag mal unsere normalen tröpfchen tests mit den standardwerten da konnte man herausfinden ja ich habe nährstoffe drin mein kalkhaushalt stimmt gegebenenfalls könnte konnte man hier und da auch noch ein bisschen in die tiefe schauen jod kalium aber dann verließen sie dann ihn langsam aber sicher auch mit der oes war das schon mal sehr viel besser da hat man schon mal ein tool an der hand wo man sagen kann pass mal auf da haben wir einige werte hier wie ist mein natrium wert wie ist mein schwefel wert brom strontium um jetzt mal die üblichen verdächtigen mengen elemente zu messen zu zu erwähnen so die wir bisher eigentlich so in der form noch nicht wirklich genau messen konnten so dann haben wir aber auch elemente die tatsächlich bei der oes an der nachweis grenze sind oder in vorhandenen wasser was dann eingeschickt wird unterhalb dieser nachweis grenze liegt so die oes hat da aufgrund ihrer entsprechenden eigenschaften hat sie nun mal grenzen und da springt dann im endeffekt die ms mit ein also die ms ist eine sehr viel genauere analyse die im endeffekt hingeht und wirklich richtig in die tiefe schaut die hat eine sehr viel höhere auflösung in einigen sachen kann ich euch gleich dann noch mal einblenden wenn wir uns mal zwei verschiedene analysen anschauen einmal die normale oes was kann sie bis wo kam sie was hat sie gezeigt und dann im anschluss dann halt die ms was kann ich damit noch besser sehen ja die wird mich wahrscheinlich jetzt erschlagen aber für mich ist sowas so eine ms tatsächlich noch mal dafür da einerseits um ein kleines bisschen mehr feintuning betreiben zu können andererseits ist sie aber auch dafür da um erst mal Probleme aufzeigen zu können die wir vorher gar nicht wussten ob wir damit ein problem haben ja was bringt uns jetzt im endeffekt die ms die ms ist im prinzip ein tool so prinzip in meinen augen eine weiterentwicklung ob es jetzt eine ist lassen wir jetzt mal dahingestellt aber wir können mit diesem tool weitaus besser sehen auf gutdeutsch gesagt wir haben eine viel viel bessere brille auf um es mal mit einer analogie zu vergleichen wir haben die möglichkeit sehr viel tiefer zu schauen wir haben ab und zu ja mal werte da ist von der anzeige her erstmal nichts also gerade bei den spurenelementen haben wir auch die problematik bei der oes dass wir teilweise ideal werte haben die da angezeigt werden aber die natürlich nicht mit den nachweisgrenzen der oes übereinstimmen gehen wir einfach mal kurz darauf ein linke seite hier habe ich die nachweisgrenzen der oes angabe von ati und auf der rechten seite habe ich eine entsprechende ms die von einem kunden zur verfügung gestellt wurde so jetzt haben wir zum beispiel selen ist ja momentan in aller munde selen hier selen da und wir gucken uns das mal an wir haben hier da haben wir selen und die nachweisgrenze ist im bereich von also die schwang das schwankt immer so ein bisschen von 4 bis 6,5 circa so der optimale wert gemäß ja natürlichem meerwasser liegt ungefähr hier bei 0,5 oder 0,47 so in den drehraum ist der ideal wert das heißt aber wir können hier mit dieser mit dem mit der oes können wir gar nicht sehen ob wir das überhaupt haben weil das liegt ja unter dem bereich hier mit der ms sehen wir es im prinzip das selen ja da könnt ihr sehen 0,57 mikrogramm wurden hier festgestellt ideal wert da gemäß der entsprechenden einblendungen da sind 0,5 0,47 so in den drehraum sollte das sein da seht ihr wie tief wir eigentlich runter gehen können wir können das selen sogar noch bis zu einer ja tiefe feststellen also einer eine konzentration feststellen von 0,001 0,001 so ja also drei stellen hinterm Komma werden weg Komma jetzt haben wir es drei stellen hinterm Komma das ist verdammt tief das ist sehr sehr tief ja ich muss mal schauen wir haben die die gleiche gleichen sachen ist ja auch mit mit kupfer und kobalt ne ist es nicht das gleiche weil das können wir ja das kupfer können wir ja in der nachweisgänze sehen moment dass wir eben schauen äh nicht kupfer chrom meinte ich natürlich chrom hat hier genau eine eine untere nachweisgrenze zwischen 0,08 und 0,15 so aber wir können hier das chrom sehr viel tiefer noch feststellen weil da ist ja noch eine nachkommastelle die wir im prinzip sehen können also wenn es weiter absagt können wir noch tiefer schauen ja das gleiche mit dem kobalt hier drunter kobalt hat eine nachweisgrenze hier von 0,15 bis 0,47 also von bis circa ja und ähm da kann es schon mal sein dass kobalt überhaupt nicht festgestellt wird bei einer konzentration wie wir sie hier haben von 0,34 ja wenn jetzt die maschine äh tatsächlich nur in dem bereich ich sag mal 0,47 messen kann ja ähm oder das nur sieht in dem moment dann würde dieser wert zum beispiel unten rausfallen haben wir bei der ms jetzt hier tatsächlich nicht weil hier können wir tatsächlich bis auf die dritte kommastelle ähm dann können wir schauen wie tief das ganze ist oder äh so kleinigkeiten im moment so hier haben wir jetzt zum beispiel beim eisen dann haben wir einen ähm nachweis im endeffekt von 0,174 jetzt muss ich mal eben kurz gucken ob ich ja genau ähm die oes kann erst ab 0,43 so und hier in der ms steht er mit 0,174 ist also sehr viel tiefer angesetzt das ganze sieht man im endeffekt habe ich eisen drin weil eisen ist ja hier und da dann auch wichtig wird ja auch immer zu dosiert ähm von daher ist das definitiv eine geile sache wir schauen aber jetzt erstmal uns genau an im endeffekt ähm was ich alles zu tun habe damit ich ja auch diese ergebnisse kriege und zwar äh was ist in dem paketchen drin wie habe ich damit umzugehen und anschließend schauen wir uns dann nochmal die analyse etwas genauer an und vergleichen die sogar mit einer anderen ms und äh ja wird definitiv spannend weiter geht's im text grundsätzlich bekommen wir hier ähm erstmal folgendes wir schauen uns erstmal an was wir überhaupt bekommen und wie wir damit umzugehen haben das ist punkt 1 so die üblichen verpackungen wir haben für alle die es noch nicht kennen die neue variante hier deshalb zeige ich euch das alles mal also wir haben als allererstes hier eine 30 ml spritze passend zu dieser spritze haben wir einen spritzenfilter so dann haben wir zwei kleine röhrchen weiß und wir haben ein größeres 30 ml röhrchen weiß und wir haben ein röhrchen mit einer roten kappe so dazu kommt hier ähm allgemeine bedienungsanleitung wie es funktioniert wie ich mich zu registrieren habe der all der ablauf der hinweis bei der ms dass diese beiden hier speziell befüllt werden müssen und wir haben hier na komm unsere unseren qr code mit dem wir uns mit dem wir diese ms im endeffekt bei arti sofort ohne probleme registrieren können und äh noch weiter hier entsprechende labels die nach der proben entnahme auf die röhrchen drauf kommen und nochmal ein sticker hier mit ähm der adresse wo dann dementsprechend das ganze dann äh hingeschickt werden soll das ist das was wir erstmal kriegen so wie gehe ich jetzt grundsätzlich vor ich packe jetzt erstmal die spritze aus und verseucht die nein natürlich nicht wasser aufziehen grundsätzlich hier über den spritzenfilter beziehungsweise das wasser normal aufziehen und über den spritzenfilter dann anschließend hier in diese 15 ml röhrchen diese befüllen aber vorher muss ich die mehrfach ausspülen und zwar im zu testenden wasser die dann austropfen lassen dass das wasser raus geht und dann befülle ich diese erst bis zur oberkante mit dem gereinigten wasser aus dem spritzenfilter so machen wir gleich auch unten am aquarium nehme ich euch mit runter dann nehmen wir die proben nämlich live so dann haben wir hier ein größeres röhrchen das ist im prinzip für die mengenelemente alles was halt nicht in den ms bereich rein geht der wird ganz normal genauso wie wir das kennen mehrfach durchgespült und dann anschließend am besten unter wasser ohne luftblase verschlossen und dann abgepackt hier haben wir dann dementsprechend die das röhrchen für die osmose bei der osmose ist es wichtig dass wenn ihr eine osmoseanlage mit einem harzfilter betreibt dann solltet ihr die menge die im harzfilter drin ist an wasser erstmal durchlaufen lassen also ich habe zum beispiel betreibe zum beispiel unten eine aka 1900 da hängen fünf liter harz hinter einmal vier liter und einmal nochmal ein liter indikator harz so diese menge muss erstmal aus dem system raus beziehungsweise ja in separaten kanister aufgefangen werden weil das ist ja wasser was ständig jetzt mit dem harz in verbindung war erst das wasser was danach aus der leitung kommt also sprich nach diesen fünf liter ich sag mal oder ab dem sechsten liter das nehmt ihr bitte hierfür um die entsprechenden werte euch anzeigen zu lassen hat den hintergrund es könnte ja sein dass das harz wasser halt jetzt das wasser was jetzt halt die ganze zeit im harz gestanden ist natürlich sauber das hatte richtig zeit dass da alles rausgezogen wird aber ihr wollt ja im endeffekt wissen ob eure anlage noch in ordnung ist also sprich ob wir silizium und silikat und ähnliches drin haben oder sonst irgendwelche schadstoffe und das findet ihr erst raus wenn das wasser aus dem system einmal komplett durchgelaufen ist also sprich in meinem fall muss ich fünf liter wasser auffangen zur anderen verwendung zum beispiel hier zum nachfüllen oder unten das andere osmosebecken und erst das wasser wasser nach diesen fünf liter kommt damit bitte das röhrchen mehrfach ausspülen so wir es hier eigentlich auch kennen und dann anschließend so verschließen dass nach möglichkeit keine luftblase drin ist und auch immer darauf achten dass man hier oben nicht dran fasst ja also das ist auch wichtig weil das könnte auch zur kontamination führen also jetzt gehen wir erstmal runter ans becken und dann die osmoseanlage und befüllen das ganze hier damit wir dann uns dann anschließend mal kurz an die analyse geben können wie sieht sie aus was gibt sie mir was zeigt sie mir tatsächlich also gehen wir runter so leute bei der probentnahme wie eben schon gesagt muss man ein paar kleinigkeiten beachten ich lege mal alles hier oben drauf praktisch ist natürlich momentan mein becken abgedeckt habe und zwar habe ich gerade eben ist auch tatsächlich schon fehler drin wo man darauf achten sollte was jetzt nicht wirklich kriegs entscheidend ist aber auch zu falschen ergebnissen führen kann und zwar geht es sich sie unten geht es sich um diesen spritzenfilter dieser spritzenfilter sollte natürlich einigermaßen clean sein so der ist jetzt nicht mal steril verpackt aber grundsätzlich sollte man hier unten an diese seite nicht dran fassen ich habe es jetzt sage mal abgeputzt und hoffe dass ich dementsprechend jetzt hier die entsprechende probe nicht kontaminieren so legen wir noch auf seite weil es ist einfacher und er soll ja im endeffekt auch nur in eine richtung dementsprechend gleich die das wasser filtern also nehmen wir hier die wasserprobe die spritze die ziehen wir mehrmals auf und wieder ab so dass wir im prinzip wenn da noch restbestände von irgendwas drin ist das ganze hier sauber haben so jetzt können wir hier den spritzenfilter aufsetzen gut andrücken und legen die spritze erstmal auf seite weil jetzt müssen wir im vorfeld die röhrchen hier einmal durchspülen mehrfach um auch hier zu gewährleisten das halt produktionsreste wie auch immer nicht jetzt zurückbleiben und am besten stellt man das ganze dann noch hier hin das gleiche mit dem röhrchen hier und stellt sie so und was wir aber auch ganz normal befüllen können ohne den spritzenfilter ist das große röhrchen das ist das was ich gesagt habe und genau das gleiche spiel machen wir hier auch das übliche spiel nach möglichkeit schauen dass wir mit den fingern halt nicht an oben ans gewinde oder ähnliches kommen mehrfach ausspülen und dann unter wasser verschließen und dann haben wir die erste probe schon genommen so jetzt habe ich natürlich kein handtuch hier doch da habe ich da jetzt numero uno jetzt kommen wir zu den bräuchten für die ms das ganze ist ja schon befüllt gewesen und jetzt drücken wir ganz einfach das wasser hier durch bis zur oberkante so ein kleines bisschen drüber steht ich hoffe das kann man sehen und dann setze ich einfach die kappe oben auf dann habe ich eine ganz kleine luftblase nur drin also wenig wie möglich unter wasser können wir es ja nicht verschließen aus dem einfachen grund dann hat sich das mit der spritz mit dem spritzenfilter hier ja erledigt so gleiches spiel hier voll bis oben hin und verschließen so jetzt fehlt uns noch etwas osmose wasser dann nehme ich euch diesmal nicht mit runter da unten sieht es aus wie kraut und rüben das ist nichts was ich euch zeigen möchte aber vorgehensweise wie besprochen ich lasse die anlage erstmal ihre fünf liter laufen damit ich entsprechendes wasser raus kriege und dann wird das röhrchen hier nach dem gleichen prinzip befüllt wie diese diese beiden auch beziehungsweise wie das hier mehrfach durchgespült mit dem entsprechenden osmose wasser und dann bis zur oberkante gefüllt und vollgemacht und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder oben ladies and gentlemen osmose wasser gezapft die beiden anderen oder drei anderen röhrchen sind auch soweit und jetzt gehen wir erstmal hin und packen die labels darauf bevor man das vergesst hier haben wir ein label mit einem roten streifen rot zu rot klar logisch usmose rote kappe zu roten streifen so jetzt haben wir noch die kleinigkeit jetzt nehme ich euch mal mit aufs handy das blende ich jetzt gleich mal separat mit ein genau ich bitte nicht stören so muss das sein ich gehe jetzt im prinzip hin und scanne den qr-code wie er das macht also ich mache es ganz normal mit der kamera app nicht auf kino bin hier nicht im kino foto da so den qr-code ati aquaristik ich werde direkt weitergeleitet an die entsprechende website jetzt muss ich mein passwort eingeben das geht ja über gesichtserkennung ich bin so dann geht es weiter und dann kann ich hier jetzt dementsprechend hingehen mein aquarium auswählen routine entsprechend gewebeablösung etc pp kann man hier jetzt angeben algen cyanobakterien gewebeablösung gewebeablösung langsam batterie haben auch wenig wir können noch einen kommentar hinzugeben wenn wir das wollen und dann gehen wir auf speichern und die entsprechende probe wurde eingereicht so da haben wir es jetzt im endeffekt stehen wurde noch nicht im labor ausgewertet jetzt können wir mal eben zu den aquarien gehen hat ein bisschen gedauert mein netz war gerade nicht das schnellste da sind wir so und hier oben haben wir dann dementsprechend die eingereichte analyse und wenn sie dann da ist bekomme ich eine e mail benachrichtigung dass sie eingegangen ist das ist das erste und wenn sie dann fertig ist bekomme ich wieder eine benachrichtigung dass sie fertig ist und nicht mehr die entsprechenden gruseligen daten anschauen kann also das erstmal dazu so ladies and gentlemen das ding ist eingetütet muss es im prinzip noch eine vernünftige marke drauf ich mache immer 270 drauf 275 glaube ich für ein großbrief bis ein kilo hat den vorteil dass diese dicke hier integriert ist also mit inbegriffen ist wenn man glaube ich dass darunter nimmt weniger nimmt dann kann es sein dass er wieder zurückkommt ist mir einmal passiert habe ich mehr drauf gepackt hatte ich keine probleme mehr also das dazu aber wir wollen jetzt in dem im endeffekt mal uns eine ms anschauen ein ergebnis von einem kunden die zur verfügung gestellt wurde ich habe im prinzip bin ich hingegangen habe alles geschwärzt was relevant ist und auf die kunden hinweisen könnte also alles dicht und sorry wir haben ein bisschen nase dicht ich blende das jetzt hier mal um und wir haben jetzt hier eigentlich die standard analyse so wie wir sie eigentlich kennen so und ihr seht hier die entsprechenden werte salinität mengenelemente müssen wir jetzt nichts zu sagen und hier wird die sache für uns interessant bei den spurenelementen die spurenelemente sind im prinzip die die dann tatsächlich mit der ms nachgewiesen werden weil es halt in spuren oder in ultra elementen ultra spuren vorhanden ist und das können wir mit der ms sehen und das ist hier gekennzeichnet da steht dann dementsprechend ms davor ja dass das halt eine ms messung ist und ihr seht hier bei den werten 10 hier 0,087 mikrogramm pro liter oder zink 0,488 also das ist eine 33 stellen hinterm komma können wir hier im prinzip sehen und das schöne an der sache ist und das ganze jetzt mal kurz rüber zu ziehen wenn ich mir eine oes hier nehme das ist eine das ist im prinzip eine oes von mir dann haben wir hier in dem bereich sehen wir nix da sind werte kupfer eisen selen hatten wir eben auch na ok zinnen und zink ist im nachweis bereich da haben wir aber im prinzip können wir da nicht sehen weil die oes nicht so tief geht wir wissen jetzt nicht was ist der fakt was ist der phase so ich gehe es im prinzip hin ich habe hier eben ja die ms habe ich fertig gemacht und habe gleichzeitig aber auch eine wasserprobe oes gezogen das heißt beide gehen raus und dann können wir dann wenn die dann zurückkommen in einem live dann dementsprechend mal vergleichen was zeigt die oes an und was zeigt die ms an das ist ist der plan thema nachweisgrenze hat ati ist da auch relativ transparent die haben hier auf ihrer seite entsprechende nachweisgrenzen für die oes veröffentlicht da steht dann dementsprechend drin wie tief die messen können oder das könnt ihr euch ja mal angucken wenn ihr da bock drauf habt ich gehe da jetzt mal nicht näher drauf ein ich gehe da jetzt erst mal wieder dahin schuldigung und das muss ich gerade mal überblenden oder rausschneiden wir haben hier im prinzip das gleiche was wir halt kennen allerdings es sind mehr Elemente drin wie ihr seht also ich habe jetzt nicht mehr rausgesucht was jetzt noch extra ist das könnt ihr ja mal selber schauen und wir kommen hier bei den schadstoffen in auch in bereiche rein wo dann sachen gemessen werden wie zum beispiel titan hier da 0,041 so idealwert gemäß ati im natürlichen meerwasser ist 0,1 mikro also die idealwerte die hier drunter stehen das sind die idealwerte die im natürlichen meerwasser vorkommen da dran versuchen wir uns ja zu orientieren so dann haben wir hier unten dann die auswertung spurenelemente osmose das kennen wir hier ist keine ms das ist die normale messmethode von der oes das reicht für das osmose wasser auch vollkommen aus also da müssen wir nicht tiefer gehen so dann habe die schadstoffe für die osmose und dann haben wir hier unsere empfehlung diese empfehlung sind wie was von ati und auch von fauna kennen automatisiert aufgrund der tatsache da stehen datenbanken dahinten hinter das sind jede menge messungen dahinter und natürlich entsprechende software die das auswertet sollte jetzt natürlich dann irgendwann mal oder irgendwas sein was aus dem ruder gelaufen ist dann ploppt das ist doch jetzt mal hier gehen wir einfach mal zink sagen wir hier der zink ist einfach zu wenig und das würde dann im endeffekt hier den ja ich sag mal so ein trigger auslösen dann wird dann noch mal drüber geschaut so wenn ihr jetzt aber im prinzip in der empfehlung jetzt nichts anderes drin steht ich sag mal außer wasser wechseln oder nachfüllen oder wieder auffüllen und euch das nicht reicht könnt ihr natürlich auch hingehen und sagen ich hätte da ganz gerne aber mal eine info zu warum das hier zu wenig ist was kann ich dagegen machen was könnte das sein ja dann schreibt eine e mail ans labor oder ruft an telefonnummer steht auf der website oder haben wir hier was drauf warte auch guck info ja okay ja hier haben wir stehen info und telefonnummer anrufen sprechenden leuten kann geholfen werden ich hatte gerade eben gesagt wir haben hier eine MS von dem kunden und dieser kunde ist hingegangen und wollte es wissen und hat ein entsprechendes entsprechende wasser vorbe auch nach oceamo geschickt so wir haben jetzt hier im prinzip moment haben wir jetzt zwei analysen unten muss man ein bisschen kleiner machen ja nicht so zwei analysen von einem den gleichen tag hier erstellt siebter da erstellt siebter und hier erstellt achter und achter die entsprechende anderen sachen die auf den kunden hinweisen habe ich geschwärzt das muss keiner wissen fakt ist dass hier sind ist ein und das gleiche wasser gewesen um mal rauszufinden wie nah liegen die beiden labore denn eigentlich so zusammen im mengenbereich wie zum beispiel jetzt hier psu und kh da haben wir hier 35 1 7 und 35 2 hat aus oceamo gefunden dann haben wir hier kh 7,76 und 7,64 ist auch sehr dicht daran dass die nicht identisch sind sollte jedem von euch da draußen klar sein aber es geht sich jetzt tatsächlich jetzt nicht um die mengen elemente die sind peng für mich die interessieren mich relativ wenig sondern ich interessiere mich wirklich erstmal hier für die spuren elemente und da hatte ich ja eben zinn und zink rausgeholt hier hat man zinn sn von 0,087 so was hat oceamo da gefunden zinn 0,06 0,03 oder 0,02 daneben von der menge her oder hier zink noch besser 0,45 zu 0,488 wir reden jetzt hier von wirklich 0,0 bereichen die ich möchte im prinzip nur 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 zeigen wie nah die dann tatsächlich beieinander sind und wie 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 wenig abstand im endeffekt da ist das ist ich finde das absolut genial ich hatte noch einen einen wert gehabt hier oben kobalt war das glaube ich wo haben wir den kobold da da 0,29 wurde bei oceamo gemessen und dann haben wir hier kobalt 0, 0,341 das ist auch sehr sehr nah beieinander und im endeffekt finde ich das echt genial du kannst im prinzip jetzt gerade auf die ms halt ja gemünzt du kannst zwei laboren kannst du ein und das gleiche wasser schicken und wir kriegen da ergebnisse die so tief runter gehen das finde ich echt fantastisch wie im endeffekt die beiden labore dann doch wie dicht die zusammen liegen und gerade dieser dieser nah bereich also also sprich diese 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 spurenelemente wo wir wirklich drüber reden das ist also nichts was man in irgendeiner form messen könnte das ist echt krass aber wie gesagt no front ich will jetzt hier nicht sagen ja guck mal das eine labor ist besser wie das andere nee im gegenteil ich finde diese ergebnisse von beiden laboren finde ich richtig richtig geil weil ich habe im endeffekt auch noch keine ms in der form gesehen und das was da tatsächlich gemessen werden kann und rausgefunden werden kann ob ob wir jetzt da ja ich sag das mal vielleicht ein defizit haben oder vielleicht ein kleines bisschen zu viel haben das finde ich natürlich schon genial und das mal so viele elemente im endeffekt da haben das verwirrt mich natürlich das muss ich jetzt natürlich auch offen und ehrlich sagen das sind sachen bei ati wird ziemlich viel gemessen wo ich sagen ja was macht denn das im endeffekt wenn es drin ist drin sein darf es ja es darf halt bloß gewisse werte nicht überschreiten im vergleich zum natürlichen meerwasser und das ist das was was ich im endeffekt abwachte noch wie es wie sich das entwickelt weil das ist ja noch ist noch eine sache die sich noch definitiv weiterentwickeln können wir sind ja jetzt haben wir sind von den tropfen test gekommen dann haben wir die oes gehabt jetzt haben wir eine ms die wir im endeffekt wo man noch tiefer gucken können und ich denke früher oder später wird sich ein großteil dazu entscheiden wahrscheinlich mehr ms zu machen vielleicht nicht ganz so oft wie man jetzt im moment eine oes macht aber vielleicht werden sie auch günstiger also ati ja oder auch oceamo arbeitet mal am preis weil das was im endeffekt herauskommt und was uns an infos dann dort zur verfügung steht und rauszufinden okay wo könnte das herkommen das ist der nächste punkt ist ja der nächste schritt kommt es jetzt von meinem futter kommt es jetzt von meinem osmose wasser oder kommt es von meinem billigen salz was ich eingesetzt habe wer weiß aber da können wir jetzt gucken da kann sich auch keiner mehr verstecken und das finde ich genial so lange rede kurzer sinn ich habe mal wieder viel zu lange geredet hier aber ich finde das das thema echt faszinierend ich bin ja jetzt kein experte aber das was ich so als als laie aus dem gebrauch aus dem entsprechenden bereich raus so aus dem bauch raus hier interpretiere ja ich bin davon fasziniert solltet ihr noch fragen sorgen nöte oder kommentare haben anmerkungen oder was auch immer schreibt doch einfach runter in die kommentare ich werde versuchen das zu beantworten sollte das über meinen horizont überschreiten und das geht bei diesem so ein thema relativ zügig werde ich das versuchen über olli oder über den über den ben beantworten zu lassen und bedanke mich bei euch für eure aufmerksamkeit in diesem sinne schönen tag abend oder nacht bis zum nächsten mal lasst ein däumchen für den algorithmus da und ich zähle auf euch euer Viper Ciao